Hallo, herzlich willkommen bei Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei und jede Menge gefährliches Halbwissen. Auch heute wieder mit mir, dem Max. Und der Carly. Ja, unsere dritte gemeinsame Folge und heute haben wir eine ziemlich große Frage, die hier im Raum schwebt. Was geschah wirklich mit Baby Jane? Ja, was ist mit ihr passiert? Das finden wir gleich raus, aber ich kann dir einen Hinweis geben. Hier steht, oh Schwester, lieb Schwesterlein mein, wie kommt das Blut in dein Haar hinein? Hm, eine etwas andere Aschenputtel-Story anscheinend. Ja, das verspricht spannend zu werden. Ja, also du hast diesen Film hier angeschleppt. Ja. Ich glaube, er ist nicht aus den 80ern, wann ist denn der? Oh, das ist eine sehr gute Frage, das habe ich ja noch gar nicht geguckt. 1962. 1962, aha, naja. Was machen wir im Sprung von 20 Jahren? Wirklich zu den letzten Filmen? Ja, warum dieser Film? Was soll das? Was soll das? Ja, gute Frage. Ich würde sagen, wie ich darauf gekommen bin, zum Eisten. Und zwar bin ich ein großer Ryan Murphy-Fan und mit seinen ganzen Serien. Und der hatte ja jetzt, also für diejenigen, die nicht so serienaffin sind, American Horror Story, glaube ich, und Gleeson sind bekanntesten Werke. Das hat er groß vorgemacht mit American Crime Story. Und das nächste Projekt, was jetzt in Star Trek entsteht, ist Feud, um den Hauptrollen zu zu renten und Jessica Lange. Und da geht es einfach darum, in der ersten Staffel, um diesen Konflikt und diese Hassliebe von Betty Davis und Joan Crawford. Und wird genau zu dem Zeitpunkt des Drehs von Was geschah wirklich mit Baby Jane beschrieben. Und da ist so, aha, was geschah wirklich mit Baby Jane? Was ist denn das? Und das soll ja richtig Catfight in den Kulissen gewesen sein. Weil klatsch und tratsch, da bin ich ja immer sehr hellhörig, was die ganze Klassik-Collywood angeht. Und von Betty Davis habe ich schon einiges gesehen und weiß auch aus vielen Dokus und auch in den Filmen selbst, dass ihr nicht gerade ein Blatt vor den Mund nehmt. Und dass Joan Crawford ihre große Rivalin damals zur Zeit war, das wusste ich auch. Aber ich hatte mit ihr nicht bewusst wirklich was gesehen. Und da habe ich so gedacht, Mensch, um das mal aufzuholen, nehmen wir jetzt mal genau diesen Film. Und da habe ich dann ein bisschen geguckt, wo man den herkriegt. Und man kriegt die nicht wirklich her. Und dann haben wir Gott sei Dank Ebay gelegen. Und dann habe ich Blut und Wasser geschwitzt und mich wirklich hochgeboten, weil ich diesen Film endlich habe. Und den werden wir heute sichten. Und das wird auch für mich die Erstsichtung sein. Kennst du den Film schon? Nee, also der Titel habe ich schon mal von gehört, aber auch nicht gesehen. Mit Betty Davis habe ich vielleicht auch mal so ein, zwei Film. Haben wir neulich irgendwas mit der zusammen gesehen? Na, Betty Davis hatten wir mal. Wie ging die für eine Leiche? Für eine Leiche. Ja, ich glaube, die habe ich auch nicht so. Ja, müsste ich auch nochmal gucken. Richtig. Ja. Aber nee, genau. Auch da wieder relativ unbekannt. Ja, unbekannt. Wie gesagt, der Titel ist mir irgendwie geläufig. Ich gucke jetzt gerade mal noch, wer hat Henry Farrell. Ach nee, das Ding zieht. Robert Aldrich. Oh, das ist ja mal ein Regisseur, der mir bekannt ist von, oh Gott, das dreckige Dutzend ist Robert Aldrich. Ich werde gleich nochmal kurz mein Handy zücken müssen, bevor wir den Film starten und gucken, was ich von und mit Aldrich gesehen habe. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf, ich brauche jetzt auch hohe Erwartungen rein. Ich bin auch gespannt, ob man dieses, die Antipathie der beiden Hauptaustellerinnen auch im Film mitbekommen, weil sie ja beide auch wirklich grandiose Schauspielerinnen waren und auch als wirklich großen Hollywood Dieben sozusagen galten. Also das waren auch wirkliche Dieben. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Ich freue mich da auch ganz doll drauf, ich bin auch froh, dass ich den ersteigert hatte. Mich ärgert jetzt nachher, dass nochmal eine UK-Variante danach rausgekommen ist, aber was haben wir zu machen? Hoffentlich kommt der bald auch als Blu-ray noch irgendwann mal. Ja, also das habe ich auch die Hoffnung. Also wir gucken leider nur DVD, weil es anderweitig nicht ranzukommen war zu dem Zeitpunkt. Also ich weiß, diese Edition, die sind jetzt auch schon fast vier zehn Jahre alt oder so, oder nicht ganz zehn Jahre, aber so in dem Dreh. Okay, es ist von Warner, die Two-Disc-Premium-Edition-Sets und da sind einige Filme ordentlich rausgekommen. Das finde ich dann immer tatsächlich, gerade auch die älteren Filme, sehr schön, wenn eben tatsächlich diese ganzen Bonus-Materialien noch da sind. Also eine Doku über Bette Davis selbst, glaube ich, auch ist hier mit drauf, dann auf der zweiten Disc. Und hier steht auch nochmal was über den Konflikten über den Kulissen von den beiden. Also das finde ich dann tatsächlich schön, wenn es da tatsächlich solche extra auch besonders... Mann, solche Extras gibt, die genau hierfür noch hergestellt worden sind oder für eben so eine Vermarktung. Das finde ich immer ganz hilfreich, auch wenn wir hier eher mit unserem Halbwissen ja glänzen, wie wir es im Titel haben. Aber dass man sich da eben tatsächlich auch nochmal in dokumentarischer Form Wissen aneignen kann und nicht einfach nur Wikipedia-Artikel lesen muss. Sicher gibt es bei der Dame auch ein paar Bücher, Bette Davis, glaube ich mal. Ja, auf jeden Fall. Allein schon Bette Davis und Joan Crawford haben ja über die Jahre eine unglaubliche Fede sozusagen aufgebaut voneinander. Und letztendlich waren die sich sozusagen, wo ganz oberflächlich betrachtet, ähnlicher denn je. Beide galten sozusagen als Rabenmütter offiziell gegalten. Beide hatten Adoptivkinder, beide Kinder haben Bücher, Romane rausgebracht, um denen zu zeigen, wie miserabel sie als Mütter waren und haben ihren Ruf geschädigt. Beide waren Männergeschichten nicht verlegen. Und dadurch so ein bisschen auszukennen scheinen, also das ist ja auch eher so ein Spät-Alterswerk von beiden Stunden. Ja, das ist tatsächlich so, dass beide ganz doll rausgekommen sind. Also Joan Crawford hat damals ihren großen Start tatsächlich in der Stummfilmzeit noch erlebt und hat dann sozusagen den ersten Film präsent, wo dann der Ton angewendet wurde. Bette Davis war in ihrer Jugend eine unglaublich wunderschöne Frau, die einfach wegen ihrer großen Augen berühmt wurde, weil sie dieses Charisma auch hatte. Dieses schlanke Persönchen mit den Klautsen eingedrehten 20er-Jahre-Wellen und dann halt diese Riesenaugen und dann diese tiefe Bassstumme, das konnte sie damals schon überzeugen. Und beide haben sozusagen ECA ihren Ruf erworben. Und mit dem Zeit, als dann sozusagen, so wie sich die Studiozeit damals geändert hat, änderte sich natürlich auch der Geschmack der Leute. Und beide hatten dann sozusagen in den 50er-Jahren ihre Probleme, dass sie dann in Schlingern geraten sind und eher auch nicht mehr die großen Femme Fatal spielen konnten, sondern eher sozusagen mit dem Alter auch nicht klarkamen und fast in der Versenkung verschwunden sind, worauf sie beide auch nicht klarkamen. Und dann, wo hatte dann das Studio Warner, hatte ihnen damals noch einen, weil beide sozusagen eher durch ihre Fäde in der Öffentlichkeit glänzen konnten, als durch ihre Filmprojekte, hatte Warner ihnen einen gemeinsamen Film angeboten, wo beide natürlich am Anfang geätzt hatten, dass sie beide vor der Kamera stehen mussten und sich auch vor allen Dingen auch hinter den Kulissen wirklich nur Gift und Wasser gespürt haben und sich auch wirklich Probleme in die Welt gelegt haben. Aber weil sie aber wussten, das ist die letzte Chance und beiden gelangen dadurch auch wirklich in ein Comeback. Also die kamen, uns wird auch gesagt, dass es fast auch als der beste Film von beiden gehandelt wird. Gut, dann ist ja gar keine Erwartungshaltung jetzt da. Naja, du hast ja nicht, wenn du jetzt sagst, was jetzt nicht zu den Vergleichen, dann ist es ja so. Also ich bin ja ganz, ganz, ganz doll gespannt und wie gesagt, ich bin ja sozusagen eh so ein großer Fan von dieser Zeit, von diesem Classic Hollywood. Ich bin ja ja komplett Klischee, ich mache schon auf Amerika fixiert tatsächlich. Und weil ich einfach auch dieses Spannend finde, was so hinter den Kulissen ist, was man so mitkriegt. Also ich bin, in der heutigen Zeit kriege ich beim Gossip gar nicht so viel mit, da bin ich auch gar nicht so interessiert mehr, weil ich auch mittlerweile auch das moderne Hollywood mit diesen ganz neuen, unternetierten, aber hübschen Gesichtern nicht so, das ist nicht so meins. Aber so diese, ich sag jetzt wirklich so die Zeit, so 40er, 50er, 60er, also das ist meine Welt und Betty Davis und Joan Crawford, das sind schon Ikonen. Also das ist wirklich schon was richtig, richtig Tolles und mich wundert es auch tatsächlich bei meiner Affinität, dass ich so lange drauf gewartet habe, mal einen Film von den beiden zu sehen. Also ich freue mich schon sehr, sehr doll drauf und ich bin auch total gespannt, was ich jetzt angeschleppt habe. Ich weiß auch gar nicht bei der Handlung jetzt, ob es ein Horrorfilm, ein Thriller oder eine Komödie, eine schwarze Komödie erwartet. Ich bin ja ganz, ganz offen und... Ein bisschen von allem. Ich bin gespannt. Ich auch. Also ich sag nochmal, also ich glaube, Robert Aldrich ist das dreckige Dutzend und Grissom Gang habe ich, glaube ich, von ihm gesehen. Und das werde ich jetzt gleich nochmal nachgucken und dann gucken wir den Film und dann sind wir hier auch in zwei Sekunden wieder da, während wir hier noch schnell in echt den Film gucken, aber nur einmal Pause drücken. Hattest du eigentlich auch erzählt, dass die Romanvorlage von Henry Ferrell ist? Ja, ich glaube, den habe ich zuerst irgendwie so erwähnt und dann gesehen, ach nee, das ist gar nicht Director, sondern... Nee, nee, also ja, ja, also ich bin gespannt, weil vielleicht, ob man dann nicht doch ein, zwei, drei Gesichter mehr kennt ist in den 60er Jahren. Aber jetzt wohl, okay, ich sag auch mal, bis gleich. So, und schon ist der Film wieder zu Ende. Ja, was ist denn mit Baby Jane passiert? Ja, was ist denn mit dir passiert? Ich sage noch kurz, dass ich recht hatte. Robert Aldrich war das dreckige Dutzend und Grissom Gang. Und, wie ich dann noch festgestellt habe, El Perdido, beziehungsweise, ich glaube, Last Sunset oder so, mit Rock Hudson und Kirk Douglas. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern um Baby Jane. Wenn du jetzt schon sowas reinwirst, dann möchte ich auch was reinwerfen mit Henry Ferrell. Wir hatten ja vorhin angedeutet, hier wiegen die für eine Leiche, der war ja auch die Vorlage, sozusagen. Jetzt kannst du gerne weiter machen. Ja, Whatever Happened to Baby Jane hat mich nicht hundertprozentig, oder es hat nicht hundertprozentig Klick gemacht bei mir. Auch wenn ich den Film durchaus sehenswert fand. Ja, sag du immer, was sind deine ersten Gedanken so nach dem Film, nach der Sichtung? Ja, mir hat der Film wirklich sehr gut gefallen, tatsächlich. Ich hatte meinen Spaß, ich fand den auch sehr kurzweilig. Ich fand, der kam mir wohl nicht so lange vor. Ich meine, was hat er jetzt gehabt insgesamt? Zwei Stunden, zehn ungefähr. 129 Minuten, also kam mir nicht so lange vor. War der kurzweilig erzählt, war auch sehr schön, diesen Dreier-Etappen. Ich war teilweise auch, also teilweise waren auch richtig schön gruselige Szenen dabei. War so eine kleine Schreck-Szene tatsächlich. Eine gute Schreck-Szene erkennt man ja, wenn die Katze im eigenen Zimmer aufspringt. Und das war in diesem Fall auch gegeben. Ansonsten finde ich es auch stark, auch mit dem Make-up und den Kleidern. Und ich fand auch Betty Davis und Joan Crawford in ihr sehr, sehr stark. Ja, das hat mir vom ersten Eindruck her, ich habe ja nun diese riesen Erwartungshaltung gehabt und dachte, naja, da kann man ja eigentlich nur enttäuscht werden. Selten ist es, dass das betroffen wird. Und nö, also das war auf jeden Fall solide. Ich wurde nicht enttäuscht. Das war jetzt auch kein Film, wo ich dachte, der ist noch besser als erwartet, sondern das war wirklich für mich gute Unterhaltung. Ja, also ich war ganz am Anfang, da habe ich total gedacht, oh, was ist das jetzt? Was geht denn jetzt los, als wir diese weinende Puppe gesehen haben? Also eine der allerersten Einstellungen des Films. Weiß nicht, ob du die noch im Kopf hast? Ja, ich will noch inszenieren. Hä, jetzt weint die Puppe. Also das war einfach so, wow, what? Und dann habe ich so überlegt, was habe ich denn von dem Robert Orchard so im Kopf an Szenen oder Momenten vielleicht aus den anderen Filmen? Also gerade Grissom Gang, weiß ich noch, ist mir total als der wärmste, der heißeste Film, den ich je gesehen habe. In Erinnerung im Sinne von, da schwitzen alle so dermaßen. Also da spürst du die Hitze auf dem Film. Und hier habe ich eben gesagt, ja, okay, mal gucken, vielleicht dreht er hier auch irgendwie so ein bisschen wieder an den Reglern in der Hinsicht oder so. Diese weinende Puppe war schon ein sehr beeindruckendes Bild. Ich fand den Einstieg auch sehr gelungen. So dieses 1917, 1935, gestern mit diesen drei Zeitebenen. Das hat mir sehr gut gefallen, muss ich auch sagen. Das hat einem auch den Einstieg in den Film unglaublich leicht gemacht, wenn man gleich wusste, wo man steht. Ja, also es war auch wieder sehr gut, die Exposition ist dann gelöst. Und dann musste ich ganz viel denken, Psycho. Echt? Ich weiß, was ich nicht denken musste? Shirley Temple. Ich habe nicht einmal an Psycho gedacht. Nee, Psycho wegen dem Rollstuhl oben am anderen Ende der Treppe. Psycho wegen, die Nachbarin heißt Mrs. Bates. Ja. Und ich hatte bei der Musik mehrmals einfach diesen Eindruck, das klingt so ein bisschen wie, ja, das klingt so nach Bernard Herrmann, Psycho-Dinger. Ich habe noch kurz überlegt, aber Psycho ist ja von 1960, ist also davor. Das heißt, es könnte theoretisch irgendwie sein, wobei ja, du auch gerade noch mal erwähnt hattest, es gibt ja eine Buchvorlage. Deswegen kann ich das dann wiederum nicht so abschätzen, ob das inwiefern da was ist. Ob das so gewollt ist oder nicht. Der interessante Teil wäre ja tatsächlich, bei Psycho war ja sozusagen die Mutter in Anführungszeichen die Böse und hier wäre es ja eigentlich umgekehrt gewesen. Die im Rollstuhl, an den Rollstuhl gefesselte, ist ja quasi das Opfer. Ist es das Opfer? Und das war eine Sache, die mir auch tatsächlich schwer gefallen ist, muss ich sagen, weil ich so die ganze Zeit dachte, ja, Bette Davis, ich meine, sie spielt cool, sie spielt total stark und so, aber letztlich ist es für mich einfach, sie ist eine total unausstehliche Frau. Die ist ja total widerlich und so toll, wie sie sie spielt, aber vielleicht war das auch ein Grund, warum es nicht hundertprozentig geklickt hat bei mir mit dem Film, weil ich keine Identifikationsfigur hatte, auch wenn ich gerne und in anderen Folgen schon gesagt habe, ich brauche das auch gar nicht unbedingt, aber habe ich so gedacht, ja, sie ist halt, und dann kommen die anderen, kommen einfach alle nicht aus dem Moose-Pott, da habe ich dann teilweise auch gedacht, naja, da muss man jetzt aber schon so ein Auge zudrücken, um dem Drehbuch das abzunehmen, dass jetzt der nicht nochmal weiterguckt oder der lässt sich jetzt auch so von der Sache ab. Das war manchmal so ein bisschen so, da hätte ich mir irgendwie ein bisschen mehr gewünscht oder so, das hat mich nicht so hundertprozentig dann überzeugt an den Stellen manchmal. Ja, und da komme ich jetzt einfach gleich direkt zum Schluss des Films. Hast du ihr denn geglaubt, als sie ihr dieses Geständnis gemacht hat, dass es so war, wie sie es gesagt hat? Aber ich würde jetzt gar nicht mal so weit hüpfen wollen, ich würde jetzt erstmal genommen haben, anfangen bleiben wollen tatsächlich. Ich will aber trotzdem von dir jetzt hören, weil mir dieses Ende jetzt ja gerade so nah ist. Ich habe mir erstmal gedacht, na gut, dann verbinde ich jetzt mal das, was ich einfach sagen wollte. Am Anfang war es ja den Anschein, dass die beiden Charaktere, einmal die, ich sage jetzt mal, die Jane, Baby Jane, ist am Anfang sozusagen gefeiert, der Kind ist da, sozusagen auch recht verwöhnt, sehr, sehr geharstig, sehr, ich sage jetzt... Also sie durchschaut auch das Spiel eben, ich mache das Geld, also erfüllen mir meine Wünsche. Sie sichert sich im Mittelpunkt der Welt an und alles und ist auch wirklich so verzogenes Gör und nur sie und dann kommt lange nichts. Und beim Erwachsenwerden kann sie den Erfolg immer nicht halten. Und das ist die tragische Geschichte. Jetzt ist es so, dass ihre Schwester Blanche in der ganzen Jugend immer zurückstecken musste und halt auch sehr schlecht von ihrem Vater behandelt wurde, weil der nur die Jane so hochgelobt hat und ja, musste wirklich leiden und hat dann aber im Laufe der, ich sage jetzt mal, ja, Adoleszenz, ist sie eine sehr gefeierte, berühmte Schauspielerin geworden, auch sehr gut bezahlt Schauspielerin und hat sozusagen die Karriere, eine Riesenkarriere aufgebaut und während Baby Jane in Vergessenheit geraten ist und naja, dann kam irgendwann der große Unfall, dass sie im Rollschuh gelandet ist und da war die Karriere vorbei und die Baby Jane pflegt sie jetzt. Und jetzt ist halt der Punkt, was Max schon angesprochen hat, dass Baby Jane eine sehr unsympathische, sehr, sehr eklige Person ist und das ändert sich über die Dekaden auch nicht. Und jetzt kommt, der noch dazu ist Blanche zu, die Blanche wirkte für mich am Anfang auch so als ein ganz normaler Charakter, also ganz normaler Mensch, jetzt nicht uns, also auch sympathisch, auch eine, mit der man sich auch anteilig identifizieren kann, so am Anfang das Kind, was total vom Vater überhaupt nicht beachtet wird, wo nur die Schwester interessiert und dasselbe ist nur sozusagen, ja, der letzte, ja, der letzte. Sie kriegt keine Beachtung. Der Vater ist eben voll auf die erfolgreiche junge Schwester. Genau, sie ist eigentlich sozusagen eher der Sündenbock, muss mehr für alles herhalten und schwört sich dann halt im Alter, sie wird das nicht vergessen, wie sie behandelt wurde und als sie dann merkt, dass ihre Schwester sozusagen nicht näher voll erkennt liegt, versucht sie auch zu unterstützen, aber das klappt dann auch nicht so wirklich und nachher halt. Dann sag mir mal, wie siehst du das denn hier 1935, wenn diese kurze Passage kommt und wir jetzt eben erfahren, oh ja, jetzt müssen wir, warum hat die das in ihren Vertrag reinschreiben lassen, dass wir für jeden Film, den wir mit Blanche machen, muss Baby Jane auch reinmachen und Baby Jane kann einfach nicht schauspielern. Ja, ist das die Rache schon von Blanche oder will sie tatsächlich ihrer Schwester helfen? Also so wie eben das kleine Mädchen da sagt, I won't forget it, ist für mich klar, damit will sie ihr so richtig eins reinwirken und ihr eben das Leben schwer machen, aber eben nicht im Sinne von sie umbringen, aber ihr eben schon zeigen, jetzt habe ich mal den Erfolg, jetzt zeige ich dir mal, wie das läuft hier so ungefähr. Ja, genau, genau ist das ja auch in Lufair, dass sozusagen jede, mal jetzt die Lorbein einstreichen konnte, aber du hast recht, der Gedanke mit dem Reinwürgen, der kam ja auch zwischenzeitlich tatsächlich. Na, wie siehst du es denn? Ist es so, dass sie ihr helfen will mit diesem Vertragsklausel, dass auch sie immer noch Filme kriegt, die Baby Jane, oder ist es das Reinwürgen? Na, jetzt wird ja nicht direkt gesagt, das ist ja viel Raum für Spekulationen. na, jetzt habe ich die Film gesichtet, denke ich, es ist auch definitiv Reinwürgen, aber am Anfang war ich noch relativ alles offen, weil sie auch, wenn sie am Anfang diesen, ich sage, verbitterten Satz als Kind geschmettert hat, wirkt sie auf mich sehr bodenständig und sehr normal, also jetzt nicht so über die Maßen, so überdreht. Stille, Wasser sind tief. Sie wirkt auf mich auch normal und die ersten Zähne, die wir ja mit ihr sehen, ist ja dann auf dem Rollstuhl und da wirkt sie für mich auch wie eine ganz normale Person und auch mit sympathischen Zügen und jetzt nicht überdreht, keine Diva, nichts, einfach ein ganz normaler Mensch, ne, also eine ganz freundliche Person und deswegen, wenn du jetzt sagst, du kannst dich mit gar keinem identifizieren, also das wäre für mich zum Beispiel der Punkt gewesen, mit dem man sich identifizieren kann und für mich auch jemand, der für mich auch sehr leicht zum identifizieren war, war die Elvira. Na, also ich kann mich, wie gesagt, mit Bette Davis' Charakter, mit der Blanche vor allem nicht identifizieren und bei der... Ja, da kannst du auch stolz drauf sein. Das wird wahrscheinlich ein Problem hervorragend, wenn das so wäre. Das ist unbedingt gut. Und bei der Joan Crawford habe ich irgendwann angefangen zu überlegen, okay, sie hatte jetzt irgendwie 1935 diesen Unfall und wir sind jetzt in den 60ern, das heißt, sie hat schon über 20 Jahre jetzt irgendwie mit ihrer Schwester da so zugebracht und da habe ich dann angefangen zu überlegen, so okay, wenn sich das jetzt so über diesen kurzen Zeitraum von ein paar Wochen oder Monaten entspinnt, okay, aber es geht jetzt schon jahrelang so und irgendwie... Ich könnte sagen, dass das dann auch erst mit dem Alter eintritt, wenn sie tatsächlich dann auch die Schwester gar nichts mehr hat oder so, aber dann wurde ja auch schon gesagt, dass sie schon ständig trinkt, das hatte sie schon in den 30ern, also da habe ich so ein bisschen gedacht, ja, aber jetzt dauert es eben so wirklich diese ganzen über 20 Jahre, bis das so weit kommt und dann passiert das eben dann auch in dieser relativ schnellen Abfolge. Na, ich weiß nicht, also letztlich ist es doch so, also habe ich das mal verstanden, dass nach dem Unfall die Jane am Anfang Buße geleistet hat, dass sie sich dafür geschämt hat und deswegen hat sie sich ja um sie gekümmert, weil sie sich dafür geschämt hat, dass sie sozusagen sie in diese Lage gebracht hat und die Tatsache, dass sozusagen ihre eigenen Karriere im Weg steht oder sie, ja, oder das einfach ihr Leben kaputt macht, das kam, diese Verbitterung hat sich ja erst eingeschlichen mit der Zeit, so habe ich das verstanden und das, also sie konnte ja nicht, sie hat sich ja immer noch als Kind gesehen, ich habe mich teilweise auch gefragt, ist sie schizophren, ist sie, ist sie jetzt psychopathisch, ist sie jetzt einfach ein kleines Kind, ist sie eigentlich nie erwachsen geworden tatsächlich, ist sie eigentlich ein kleines Kind gewesen, was dann halt eine, dann durch die Flasche gewechselt hat und nie gelernt hat, erwachsen zu sein, gerade zum Ende des Films kam für mich das immer so extrem durch, weil sie dann auch mal mit der Babystimme geredet hat, hat sie immer, ist sie vor Problemen weggelaufen und dann fing sie wirklich an, sich für ein kleines Kind aufzunehmen, hat sie diese, die ihre Kostüme wieder in der Kindheit, diese Kinder, die da, die hier, die da, das wirkte für mich schon so, als wenn sie, das wäre ein normaler Mensch, also normaler Durchschnittsmensch, der versteht doch, dass du überhaupt aus dem Alter rausgewachsen bist, bis das nicht mehr ankommt, und dass man, wenn du jetzt nochmal Karriere machen möchtest, dann musst du halt was komplett Neues anfangen und sie hat ja nun, sie hat sich immer noch, obwohl sie jetzt schon so gealtet und abgehalft hat, aussah, sagen wir mal, man hat ihr das Trinken ja auch angesehen und alles, ich fand schon, dass sie da, ähm, sehr schwierig einzuschätzen war, ich wusste, ich fand sie auch sehr unberechenbar als Charakter, ich fand, man wusste auch nicht, was nächstes kommt, also dass sich nochmal jemand umbringt oder so, das war mir, das hatte ich vermutet nachher, nachdem sich ihr Charakter immer weiter zugespitzt hat, aber prinzipiell, äh, war das für mich nicht eindeutig, deswegen, ich fand zum Beispiel, die Einzige, die Furcht hatte, naja, da weiß man, wo die Reise hingeht, weil sie halt so greifbar war und auch so sympathisch war für mich Blanche, deswegen fand ich das am Ende am Strand extrem krass, weil da wusste ich erst nicht, sagt sie jetzt jetzt, um sie sozusagen ein bisschen ruhig zu stimmen, jemand hilft mir, ich hole mir Hilfe, oder sagt sie es, weil sie denkt, sie stirbt und sie möchte einfach nochmal reines Gewissen schaffen, weißt du, das war für mich auch, oh nein, das war für mich auch offen, das kann ich mich jetzt auf keiner Seite festlegen. Ja. Ich meine, der hätte sich das natürlich clever gemacht, denn dass man es eben nicht sieht, wie dieser Unfall, oder wer bei dem Unfall nun wie getroffen wird und so, sondern nur die Beide natürlich sieht und so und die Puppe, die kaputt geht, auch ein schönes Symbol. Ähm, zu Blanche, nee, zu Baby Jane nochmal, ähm, also sie hat, konnte auf jeden Fall nie, hat es nie verwunden, dass sie nicht mehr diesen Erfolg hat, ganz eindeutig. Die Frage ist natürlich jetzt, äh, welche Perspektive nimmt man ein? Ist man so dieses, naja, das ist eben so, und dann hat man als Kinderstar seinen Erfolg, aber das ist dann eben mal vorbei? Oder, so wie sie wahrscheinlich aufgewachsen ist, versuchen, ein Verständnis für sie zu entwickeln, im Sinne von, naja, ähm, sie hat eben bis dahin immer alles bekommen, was sie wollte, und, äh, wie soll sie, also, wenn du als Kind das immer alles kriegst, wie, wie, und dann plötzlich läuft es eben nicht mehr so, damit dann klar zu kommen, das kann ich mir schon vorstellen, dass es sehr schwer ist, es wird nicht genau gesagt, wie das mit den Eltern ist, mit dem Verlust, ne, wann die mal sterben. Aber der Vater ist doch recht jung gestorben. also dass das natürlich auch nochmal eine Rolle spielt, gespielt hat, äh, ja, ach so genau, und, und ganz, ganz stark fand ich ja auch die Szene, wo sie dann nochmal so anfängt zu singen, und, und dann aber sich im Spiegel sieht und so, oh mein Gott, und so sozusagen sich vor sich selbst erschreckt, und sozusagen die kurz diese, äh, ich bin ganz schön alt, und das aber auch komplett von sich, äh, wegschieben will, indem sie die, die Hände eben vor das Gesicht schlägt, und, und schreit, und schreit, und so, also dass sie da eben, das vielleicht auch gar nicht wahrhaben möchte, ne, also, davon gehe ich mal ganz stark aus, was sie ja eben ständig wieder von sich schiebt und so, äh, ja, sie wirkt irgendwie auch gestattet, aber dass sie trotzdem letztlich, sie weiß genau, was sie tut, also sie, äh, bist du sicher? Ja, ja, gerade so, wie sie eben die Unterschriften fälscht, wie sie die toten Tiere ihr unterschiebt, äh, nach und nach alle Verbindungen kappt, äh, Telefon, den Buzzer, den, den Knopf hier, die Klingel und so weiter und so fort, äh, das ist schon, da, da ist schon ganz, für mich völlig klar, nee, nee, die weiß schon, was sie da tut, die ist, die, das ist, äh, auch wenn eine Entscheidung vielleicht impulsiv dann, ähm, im Endeffekt getroffen wird, ist das nichts, was, was völlig unüberlegt, äh, kommt oder wo sie jetzt nicht wüsste, was die Konsequenzen sind oder so, also das ist schon, ähm, da halte ich sie schon für sehr gerissen und abartig, durchsartig. Da denkst du, das war alles Neid, also nur Neid dahinter oder noch was anderes? Keine Ahnung, ob es nun nur Neid war oder so, das dürfen dann Psychologen analysieren. Ja, die sind jetzt aber nicht im Raum. Ja, ähm, das weiß ich nicht, da kann ich nur meine Küchenpsychologie spielen lassen. Das spielt bestimmt irgendwie rein, dass sie da auf jeden Fall auch neidisch ist und ihr, oder eben das der Schwester nicht gönnt und sich von ihr, von ihr irgendwie, ähm, ein bisschen unterdrückt, ein bisschen ausgenutzt, ein bisschen verlacht fühlt irgendwie. Aber ist es nicht so, dass gerade die, äh, die Blanche mehr, äh, mehr Chance auf Neid hätte, gerade die ganze, ich kann meine ganze Kindheit, da stand ihre Schwester nur sozusagen im Fokus, sowohl familiär als auch finanziell und, äh, weil sie erwachsen wird, denn gut, da klatschen nicht mal die Hände ab, ne, aber, ähm, eigentlich ist doch ihre ganze Jugend komplett für ihre Schwester draufgegangen und das, ähm, das vergisst man doch nicht, das ist doch eine ganz tiefe Kerbe. Ja, aber das, deswegen muss man ja auch nicht, äh, also das muss man ja auch nicht dann Jahre, äh, bis, bis ins hohe Alter einem vorhalten, würde ich dann behaupten. Klar, das, das prägt jemanden und das, das macht wahrscheinlich auch mal fertig und sonst wie. Ist natürlich jetzt auch leicht gesagt, ne, wenn man das nicht selbst erlebt hat. Ja, wo wir so schön spekulieren hier. Ähm, ja. Na gut, du hast jetzt von das Thema aufgebracht, hier mit dem glaubst du das, mit dem, mit, äh, mit dem Ende, äh, mit dem Unfall, wie, wie glaubst du das denn? Also du hast dich jetzt noch gar nicht dazu geäußert, in dem Fall davon aus, dass es nicht so ist, aber. Tatsächlich glaube ich es und ich finde es irgendwie, ich habe so gedacht, nein, hm, weil das wieder so ein bisschen meine, meine, äh, Sichtweise über die beiden, äh, Protagonisten natürlich verschiebt im Sinne von, okay, also sie wollte irgendwie raus aus dem Showbusiness oder also was, wie war nochmal ihre Begründung? Ja, sie wollte, sie war, sie hat dann auch diese Neidsache, was wir gerade geklärt haben, dass sie, sie hat sie gehasst, sie hat, äh, die ganze Kindheit war, wurde zum Scheiß behandelt von der, vom Vater und von dem, von der Schwester und jetzt hat sie selber endlich mal rum und dann ist sie im Fokus auf einer Party und dann wird sie trotzdem noch verlacht, so dass ihre Schwester sich über sie lustig macht. Und dann für alle Leute jetzt endlich, wo sie mal im Fokus steht, dass sie einfach dieses Gefühl hat, ihre Schwester wird sie nie, wird ihr das nie gönnen und das war es, einfach diese Kurzschlussreaktion, so kann ich das empfunden. Ja, ja, ist richtig. Deswegen, das Trauma sitzt tief, mein Herr. Ja, und dann entspinnt sich daraus eben diese jahrelange. Ja, da war, ich meine, da wo hast du es, da kann nochmal Liebe gewesen sein, ne, aber das ist jahrelange her. Ja, nee, ich glaube ihr das, aber irgendwie habe ich dann so gedacht, Nein, das möchte ich nicht, dass das so war. Ja, es tut mir leid, wenn das so weh tut. Ja, war so. Aber, wer ist dann den Einstieg am Punkt? Jetzt haben wir jetzt hier die Anfang, also, jetzt hast du ja gesagt, das erste Jahr war 1917, oder wann war das, ne? Da war, da siehst du ja tatsächlich, denn Blanche mit ihrer Mutter als kleines Mädchen, ich meine, wenn wir als Bank Design zehn Jahre, zwölf Jahre. Wenn überhaupt, ja. Wenn überhaupt an der Seite stehen, wenn ihre Schwester mit dem Vater den großen Auftritt hat, die vom großen Publikum, alle Leute stürmen hin, um diese Baby-Doll-Puppe zu kaufen. Ja, und diese blonden Haare, dann so eingekräuselt, dann tanzen und singen, das habe ich schon so an, an, an Charlie Temple erinnert, ne? Das war ja nun auch damals in den Zwanzigern so der große Trend, ne? Wie das kleine Mädel hat dann immer, die war doch auch im Fokus damals, ne? Die hat auch hier nur gesungen und gesungen und getanzt und dann mit Fred Astaire und Gene Kelly und wie dem sie da auf der Bühne standen und hat ja ganze Kinos gefüllt. Damals war Amerika ja nach dieser Unschuld komplett süchtig. Und ich glaube schon, dass der Film dieses Image oder diese Stilrichtung komplett als Vorlage genommen hat. Das war für mich auch unverkennbar, weil das war einfach eins zu eins. Ich weiß, dass Shirley Temple sozusagen auch noch bis zum Ende des Lebens auf kleine Sachen hatte, aber letztendlich hat sie auch ihr Geld als Kind geschäffelt. Jetzt habe ich natürlich die Hoffnung, dass das nicht irgendwie inspiriert ist, dass von ihrer Charakterentwicklung zum Erwachsen sein und das einfach ein unabhängiger Zufall ist. Aber dazu kann ich nichts sagen, das weiß ich nicht. Das war einfach das, was ich in dieser Epoche gedacht hatte. Ich habe am Anfang auch so gedacht, als sie dann sozusagen durch den Hintergang rausgehen und alle Leute stehen da zum Autogramm holen und sie dann hier die große Traktat durchzieht. Ja, Vater, ich hol das Geld hier ran, ich will jetzt das machen, ich will jetzt das machen und das ist ja, du kannst dir vor mir kuschen und ich finanziere dich doch. Da habe ich erst so gedacht, ist das eine Nummer, damit die alle abhauen oder ist die wirklich sowas von daneben? Ja. Das war ja, das war ja richtig eklig. Also das war so, wie ich dachte, so krass gespielt, auch für das kleine Mädel, ganz krass gespielt. Also, ja. Das ist auf jeden Fall, ja. Also, das ist ja schon, schon da hatte sie sozusagen die Orientierung verloren. Naja, sie hat das System, nachdem die Sache funktioniert, verstanden und wenn sie eben bis dahin nie mal so quasi Werte der Menschlichkeit gelehrt bekommen hat, dann ist es auch klar, dass sie dann sofort so funktioniert, wie dieses System eben funktioniert und sozusagen, ja, sie hat die Maschinenquie durchschaut oder wenn sie nicht funktioniert, dann funktioniert gar nichts. Also kann sie hier richtig Forderungen stellen und das macht sie dann eben auch. Ja, na gut, aber ist ja trotzdem alles noch in der Familie selbst in dem Moment gewesen. Das war ja jetzt hier mit... Naja, sie wird schon irgendwie mitbekommen haben, dass ihr Vater da irgendwie anscheinend Geld scheffelt und Geld scheint eine gute Sache zu sein. Da kriegt man, was man möchte oder damit kann man sich eben Dinge kaufen. Weltliche Gegenstände, keine Sachen, die von Herzen kommen, aber naja. Und ja, das ist halt ein Kind. Das weiß es dann vielleicht nicht besser oder hat es eben in dem Fall ganz auf der Sicht die nicht anders beigebracht bekommen. Also wäre jetzt sozusagen quasi in meiner Küchenpsychologie ein, naja, sie kann nichts dafür, dass sie so geworden ist, schon als Kind. Ja, trotzdem. Das muss ja ein Horrorkind sein. Wenn du sowas hast, ist das ja, als wenn du deine Knozzartin erschaffen hast. Ja, also das ist ja glaube ich auch bis heute natürlich bei Kinderstars so eine Frage, wie wird denen beigebracht, damit umzugehen oder so, wenn eben einer mal hier eine Rolle spielt und da ein großes und dann, ja nee, du musst jetzt trotzdem noch deine Schule fertig machen und wieder ganz normal leben und nicht hier am Filmset oder sonst wie, wo wahrscheinlich immer alles toll sein sollte und musste, damit der Film nachher auch was wird oder so. Es gibt einen Grund, warum so schnell die ganzen Jugend, Kinderstars, die an ihre alten Erfolge nicht anknüpfen, kostet eine hohe Selbstmoderate-Rate sozusagen herrscht. Also, ja, ja schade drum. Ja, ist denn jetzt so hart? Schade. Ja, aber das ist ja nur auch. Ich verstehe schon, wie du das meinst. Ja, das ist der Einfluss von Baby Jane. Das ist auch schon dramatisch, wenn du wirklich so dich komplett nur oder über so deine eigenen Rollen definierst und nichts anderes und dann wirklich, also ich meine, die hat sich ja nur über die Rolle definiert. Die hat ja keiner persönlich gehabt. Die hat ja ihr ganzes Leben lang ihre Familie, dann hat sie ja auf Affären gehalten, haben wir ja schon was gestellt. Sie hat nie Freunde gehabt, dann hat sie nachher auch keinen Erfolg mehr gehabt. Also an sich ist sie doch eine unglaublich tragische Figur, ne, oder nicht? Hatte ich mal eigenes Geld gehabt, wo es Geld in der Schwester leben? Aber ich meine, wahrscheinlich spielt da eben gerade dieser Unfall eine sehr wichtige Rolle für mich in der Bewertung dieser Figur, weil ich das eben so annehme als, wir kriegen sie in der zweiten, also 1935, kriegen wir dann kurz gezeigt, naja, sie trinkt schon, sie kann halt nicht schauspielen und oh Gott, sie müssen halt diese Filme drehen, einfach nur, weil es im Vertrag steht. Aber keiner hat Bock, diese Filme zu machen und sie weiß auch, dass sie da irgendwie nicht wirklich gefragt ist und dann war für mich eben dieses, ja okay, jetzt will sie auch noch ihre Schwester da umbringen sozusagen und in der, so fügt sich das für mich eben zusammen, dieses Bild und deswegen ist für mich dieser Schluss halt so, ah verdammt, dann bin ich wohl auch dem Film hier auf den Leim gegangen in der Hinsicht und muss meine, meine Bewertung nochmal ein bisschen überdenken, überarbeiten. Verbessern? Ja, ja, zumindest so, naja, deswegen weiß ich auch nicht, ob ich damit jetzt mit dem Film ein Problem habe oder ob ich mich einfach über mich ärgere, wenn der Film das vielleicht also sehr gut hingekriegt hat eigentlich, mich da eben aufs Glatteis zu führen oder ob es nicht vielleicht doch, ob ich nicht jetzt auch mich hinstelle und sage, ach war eigentlich ein ganz schön billiger Trick von dem blöden Film, dieser doofe Film, was will denn, was soll das? Das ist doch Quatsch, das so zu machen. Öppel, öppel, öppel. Ähm, ja. Das ist vielleicht was, woran ich gerade zu knabbern habe auch, ja. Das ist natürlich eine sehr dramatische Ego-Schiene jetzt. Okay, gut, ja, kommen wir mal zu den Charakteren. Jetzt haben wir bei Baby Jane festgestellt, aha, wir können uns jetzt nicht so reinversetzen, weil, Gott sei Dank. Weil wir nicht Kinderstars waren und unser großes Geld geschäffelt haben. Wir haben es versucht. Ja, aber letztlich ist es doch tatsächlich so, dass noch eigentlich beides auf ihre Art gescheiterte Existenzen in diesem Haus leben. Ich sag jetzt mal, ich überlege gerade gescheiterte Existenz, naja, ähm, für die eine war es eben vorbei, sie ist ja, also ich weiß nicht, ob ich das als in dem Sinne gescheitert bezeichnen möchte. Sie hat sich doch selber stein in den Weg gelegt, wenn man das so nennen kann. Naja, sie war anscheinend nie die Filmschau-Spieler und sie konnte eben als kleines Kind singen und dann war sie, also behaupte ich jetzt einfach mal so wie, weiß ich nicht, Heintje oder so, der kommt ins Stimmbruch und ist dann eben kein kleines Kind mehr, was diesen niedlich Knuddel Faktor hat, sondern hätte dann anfangen müssen, sich so eine Karriere aufzubauen, aber wurde eben in Anführungszeichen nur von ihrer Schwester mitgeschleift, äh, als Filmschau-Spielerin und hat da, war aber eben keine Schauspielerin, so, und deswegen, weiß ich nicht, gescheit, und die, wenn man dann eben mit diesem, mit diesem Kniff am Schluss, äh, Blanche, Blanche betrachtet, ist es halt für mich so ein bisschen, ja gut, die hat sich das quasi haha, selbst verbaut am, äh, ja, das kam er, ne? Also die hätte ja weiterhin ihre Karriere haben können, hat er aber, äh, sich ein bisschen duselig angestellt und da habe ich sie nicht gescheitert, würde man es auch sagen, äh, weiß ich nicht, ob gescheiterte Existenz dann eben das, das Richtige ist, also sie hat sich das selbst zuzuschreiben, ja, eben an dieser Sache mit der Schwester, naja, es liegt alles an der Kindheit, ja, ja, schwere Kindheit, deswegen werden beide freigesprochen, hm, ja, so, irgendwie, was haben wir eigentlich zu, was sagen wir zu dann Elvira, der Haushälterin, oder? Ja, ja, weiß ich nicht, was, was soll man dazu sagen, also, das war für mich eben so, wie gesagt, teilweise, wo ich dann sagen würde, das ist mir beim Drehbuch irgendwie nicht so überzeugend, das passt nicht so, wie ich die Figur vielleicht bewerte, dass sie dann sich beim ersten Mal da so ein bisschen abwimmeln lässt, so wie ich dann auch, weil ich mir gedacht habe, jetzt mit diesen Anrufen und so und die lassen sich einfach alle so leicht, ja, nee, ist nicht, danke, okay, gut, dann nicht, also mit dem nochmal Alkohol bestellen, wie war das für dich, hat Betty Davis da selbst die Stimme so verstellt oder wurde das eben so nochmal drüber gesprochen? Also, da ich ja ein kleiner Fuchs bin, habe ich das tatsächlich schon gegoogelt und da haben wir schon die Antwort rausgeguckt. Wer ist davon? Also ich habe da, also erstmal von meiner persönlichen Warnemung her, ich habe gedacht, Mensch, die kann das aber gut, die ist ja richtig, die ist ja fantastisch im Nachahmen, also ich war ganz begeistert, habe das natürlich dann gleich recherchiert und festgestellt, dass in der Realität es so aussah, dass Betty Davis die Stimme von Joan Crawford imitieren sollte, ist aber nicht hingekriegt durch ihre kratzige Raucherstimme und tatsächlich Joan Crawford die eigenen Teile gesprochen hat, dass auch dabei gespielt wurde. Also mir, genau, mir war so, dass auch irgendwie so von der, dass die Kameraeinstellung da irgendwie so ganz speziell war oder so irgendwas hatte und da habe ich so gedacht, also entweder sie kriegt das wirklich so stark hin, aber andererseits habe ich ihm auch gedacht, aber die hat sonst so eine kratzige Stimme, ey, das ist schon die Joan Crawford selbst, oder? Und, also deswegen überrascht es mich nicht, es war so, hm, ich würde ihr zutrauen grundsätzlich, aber irgendwie glaube ich es nicht so, also irgendwie wirkte es tatsächlich so, das ist so dermaßen eins zu eins, das konnte ich dann auch irgendwie wieder nicht glauben. Ja. Aber trotzdem, trotzdem an ihm an sich sehr, ich glaube, wäre auch, ist auch fast egal, ob man ihr das nun abnimmt oder ob man denkt, na, das ist sie halt drüber gesprochen, es funktioniert an sich. Ja, ich fand das auch, also ich fand das auch stark gespielt. Was sagst du denn zu Edwin? Ja, das war auch so ein Ding, das konnte ich nicht so richtig einordnen, also irgendwie habe ich so gedacht, der ist jetzt irgendwie Comic Relief, aber es ist irgendwie auch nicht so lustig und, ja, also hatte ich so meine Schwierigkeiten, also einfach, weil dann plötzlich der Fokus von den beiden Schwestern weggeht, wie sie sozusagen komplett raus sind an einem ganz anderen Ende, am ganz anderen Ende der Stadt gefühlt und ich so dachte, ja, okay, der wird ja jetzt irgendwie mit ihr dann wohl zusammenarbeiten, aber es sollte das jetzt irgendwie ein Zeichen sein für die schwierige Lage in Amerika oder so, Depressionszeit, keine Ahnung, also es war irgendwie, es kam irgendwie ein bisschen unvermittelt und, ja, ich habe da nicht so richtig, auch da hast du nicht so richtig geklickt, weil ich da irgendwie dachte, ja, aber, es war alles so ein bisschen merkwürdig, konnte ich nicht so richtig einordnen, das weiß ich nicht, wie ging es dir denn mit dem? Ja, ich konnte den am Anfang nicht, ich wusste am Anfang nicht, wo die Reise hingeht, muss ich ehrlich sagen, ähm, auch allgemein, was sie jetzt macht, es wird ja einfach nur gesagt, sie gibt jetzt eine Zeitungsannonce auf, muss dann halt gucken und ist ganz, und ganz gespannt und da habe ich auch so gedacht, naja, was macht sie denn da jetzt, also ich habe ja schon sonst was überlegt, ob sie eine Haushälterin sucht oder, äh, irgendwie ein Heim für ihre Schwester, irgendwie, um sie zu entmündigen, also ich habe ja das, bei mir ging ja richtig erst Kopfkino los. Also da habe ich auch gedacht, sie will jetzt das Haus verkaufen, wahr, und dass sie dafür das Geld entstreicht. Irgendwie sowas. Und dann auf einmal dieses, als ich dann die Anzeige gesehen habe, dachte ich so, oh nein, das wird jetzt irgendwie peinlich, ehrlich. Und ich fand es auch krass, dass man nur erstmal auf diese Anzeige nur einer geantwortet hat, das heißt, so schlimm kann die Zeit ja nicht sein. Ähm, und da ausgehend Edwin, das Muddersöhnchen, weißt du, als er noch so meinte, ja, wie ist das mit der Bezahlung, ich muss ja meinen ganzen Schülern absagen. Ich so, gedacht, du hast Schüler, du bist doch genauso arbeitslos wie deine Mutter. Natürlich, das war ja nur vorgeschoben. Das fand ich ja dann wieder hochkomisch, diese Szene mit dem, ja, gell, da sollten wir lieber nicht durchsprechen. Also ich hätte gerne so und so viel und, äh, also das war ja einfach nur komplettes Pokern seinerseits, ne, weil er ja auch so gesehen hat, du bist so eine alte, also, der hat ja auch schnell festgestellt, okay, die ist so alt und jetzt tut sie so, als wäre sie jung. Ja, er hat auch wieder das Gesicht verzogen. Ich fand, der hat schon ein paar niedliche Szenen gehabt, ne, also, Max hat vorhin noch kurz während des Films gesagt, mit der die da auswiegen, großer, dicker Marschel. Es ist einfach so. Ähm, ja, ich fand ihn eigentlich ganz cool. Ich hab also ein bisschen Angst gehabt, halt weil ich im Leben, weil ich jetzt dachte, na, muss der, muss der Junge leiden oder was passiert denn da jetzt noch? Der ist ja wirklich glücklich hinvorgekommen, ne? Also der hat ja nun, ja, also das war ja eigentlich nur, hat er überhaupt was gesagt? Jetzt ja nur, der ist nachher zum Beispiel, als er entdeckt hat, dass sie ihre Schwester da gefangen hält, da ist er doch nur, ist er doch nicht zur Polizei, der ist halt auch in den Licker, äh, in den Licker Store. Da hat er sich auch Schnaps gekauft. Ja, das eine Auto hat nicht angehalten, da ist er in den Laden rein und dann war er auch irgendwie fertig, ne? Ja, ja. weil es um das Auto ging. Ja, in der Hinsicht fand ich auch dann irgendwie die, diese Mrs. Bates Rolle lief für mich auch so minimal ins Leere oder da habe ich gedacht, da kommt irgendwie noch mehr so ein Aufhänger im Sinne von, ja, die, die hilft dir dann doch irgendwie oder kommt dann halt unter die Räder eins von beiden. Ich habe das auch nicht verstanden tatsächlich, um jetzt mal, auch mal mich auf deiner Seite zu stellen, ich habe nicht verstanden, wenn sie so in der misslichen Lage ist, warum die nicht einfach mal aus dem Fenster brüllt. Ja, doch an der Stimme. Ja, das habe ich auch so, okay, die soll irgendwie geschwächt sein, ja. Aber ich meine, die Stimme wird sie ja wohl noch haben, also das habe ich nicht verstanden, ich denke so, mein Gott, verhungerst da eher, eh du mal hier, was du für irgendjemand rumvergehst oder was. Sie da nur einmal irgendwie please help me, wo ich so dachte, ja, das hat jetzt 30 Zentimeter vor dem Fenster, hat das vielleicht jemand gehört, aber nicht fünf Meter quer rüber zur anderen Seite des Gartens. Und vorhin die andere, die hat ja ständig im Garten abgehangen, also das wäre ja, naja, aber ich meine, ach, also das habe ich, das habe ich wirklich nicht verstanden, da habe ich so gedacht, naja, gut, dann ist es so, ich nehme es jetzt mal so hin, aber ich meine ganz ehrlich, ne, was hat sie denn, so ein Frühstück hat sie ihren Vogel hingelegt gekriegt, den hat sie jetzt nicht, sie nicht getraut zu essen, da kam zur Hauptspeise, die Hauptspeise, diese Ratte, ich gehe mal stark davon aus, weil ihre Schwester da einen an der Klatsche hat und durchgedreht war, dass sie in den Tagen, wo sie da einfach komplett geknebelt und gefesselt war, dass sie dann ausgehungert war. Da auf jeden Fall, da habe ich auch so gedacht, also viel mehr quälen geht ja fast gar nicht, das war ja, und wenn man dann anfängt, über gewisse Sachen da nachzudenken, zum Beispiel, ja, sie würde ja trotzdem irgendwie mal aufs Klo müssen oder so, aber das, ja, hoffentlich hat sie sich auch in die Hose gemacht, nur was willst du machen, wenn du krankerig wirst. Ich glaube nicht, dass da irgendwelche Chancen von Seiten ihrer Schwester waren, dass sie sie da nochmal losgebunden hat oder so oder ihr zur Toilette geholfen hätte. Kurz bevor wir den Film geguckt haben, hatte ich ja nochmal geschaut, da ist schon auch drin, ja, dass der Film als Gothic-Horror gehandelt wird, vom Genre her. Kannst du was unterschreiben? In meiner, äh, in meiner ganz persönlichen, ungefähr in einer Ordnung, wie ich Gothic-Horror sehe, äh, nein, äh, ich gebe zu, dass ich bei manchen, äh, Szenen so dachte, oh nein, das kann ich nicht angucken, und zwar sowohl einmal eben diese kleine Puppe, diese Baby-Jane-Puppe, die ich, also, ne, Puppen sind allgemein gestelig, äh, aber dann eben teilweise auch eben so das Make-Up von, von, äh, Betty Davis, da habe ich schon ein paar Mal so gedacht, oh ja, der, das möchte ich aber jetzt nicht hier, dass sie mir im Flur entgegenkommt, wenn kein Licht ist oder so, also die sei halt wirklich schon außen mit diesem komplett weiß, sollte eben wie das Mädchen aussehen, aber wirkte teilweise auch wie so ein Geist, finde ich, dadurch. Also ich bin nicht gemeint, wenn ich das jetzt sage, aber ich finde, dass Patty Davis, weil gemeint im Alter, ist ja auch noch unglaublich gruselig aussah, auch wieder hier ein Klischeebild von den alten Dieben, die sozusagen im Alter sich extrem, äh, geschminkt haben und versucht haben, ja, versucht haben, attraktiv zu bleiben und dementsprechend dann auch fünf Zentimeter Schminke drauf hatten und dementsprechend nur gruselig aussahen, und, äh, das trifft bei den beiden auch zu. Ich hatte auch nochmal gelesen, als ich jetzt hier bei der Ryan Murphy Serie, ähm, bei den Making-of-Büssen reingesluschert hatte, äh, mit Feud, ähm, dass ja auch wegen dem, äh, na, weg, äh, dass es da auch schrittlich Streit um das Make-up tatsächlich ging, ne, weil ja eigentlich beide diese abgehalfterten ehemaligen Schauspielerinnen darstellen sollten, die beide aus dem Showbiz raus sind und Betty Davis hat dann damals gesagt, ja, ich mach die, ich mach die Rolle dann auch wirklich mit Bravour, dann klatscht mir ordentlich was rein und trag dick auf, ich trag auch die Perücke und alles, ich, ich werde darin aufgehen und Joan Crawford als alte Diva hat ja dann gesagt, nee, also, ich muss schon, ich möchte schon meine Schönheit nicht verlieren, ne, ich hab ja nicht mein Leben lang gepflegt, damit ich so aussehe, damit ich mich jetzt hässlich machen lasse und hat sich, und hat sich dann halt geweigert, ähm, ja, sich da irgendwie großartig die Schminke auftragen zu lassen, weswegen sie auch halt so normal, beziehungsweise schön wirkt, tatsächlich, ähm, und das war damals auch ein riesengroßer Streitpunkt am Set, wo dann halt auch Betty Davis dann damals durchgedreht ist und gesagt hat, na Mensch, du alte Diva, du, also, das fand ich auch noch ganz witzig, also, ich meine, es gibt ja einen Grund, warum man daraufhin auch eine Serie drehen kann, es gibt ja auch ein wichtiges Buch, auch über die ganzen, über den Dreh selbst, von externen geschrieben, vielleicht auch schon mal, wenn ich mir das mal zulege, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich dann doch so klar und rassüchtig bin, aber naja. Wie, war das denn eigentlich für dich überraschend, dass das auch ein Schwarz-Weiß war, der Film? Nö, ich hab's erwartet, also ich weiß, dass es zu einer Zeit gedreht wurde, wo es nicht mehr notwendig war, aber ich finde auch, dass, ich glaube auch, dass der in Farbe nicht so gut gewirkt hätte, aber das denke ich ja meistens eh, also, das denke ich meistens, dass es nicht bei Krimis und bei Horrorfilmen, bei Psychoswirlern, immer der Schwarz-Weiß da immer besser wirkt, ähm, ne, ich hab jetzt auch mir auch nicht mal nachgedacht, ich, du kennst mich ja immer, wenn ich einen Film sehe und das sehe ich Schwarz-Weiß, im ersten Moment denke ich immer, juhu, und nehme das auch mal so für bare Münze und ich bin auch ganz froh, dass ich den nicht in Farbe gesehen habe, weil ich glaube, dann hätte Betty dir das richtig eklig ausgesehen, weil die hat ja nur wirklich ordentlich Lack in der Gusche gehabt. Also ich glaube natürlich, dass es auch ein ganz bewusster Rückgriff war, um irgendwie auch auf diesen Zeiten anzuspielen noch irgendwie, also auf die vergangenen Zeiten. Ich fand es auch ganz stark, dass sie tatsächlich gezeigt haben von beiden. Also den Film waren sie ja wirklich jung. Das war ja wirklich aus den 20er, 30er Jahren. Das haben mich auch tatsächlich ein bisschen geärgert, dass es nicht nochmal im Abspann stand, welche Filme da für einvon sind. Na gut, das könnte man ja auch anderweitig ganz leicht auch. Ja, ich hoffe, da nochmal nachgucken. wenn du möchtest, dann opfere ich mich. Na, nichtsdestotrotz, aber das stimmt schon, ja, das war interessant. Und dann auch eben so diese Entwicklung im Sinne von, ja, und jetzt kriegt sie diese, eigentlich schreiben hier ganz viele Leute jetzt Briefe und also Fanpost, sie jetzt wieder entdecken, sozusagen im Fernsehen, weil jetzt da die Ausstrahlung laufen endlich von diesen Filmen, bei denen sie früher im Kino waren. Ja, das neue Medium halt, ne? Auch das ist ja so ein Kommentar da auf die Zeit. Ja, ich fand es immer auch stark, also dass es nochmal so eingeblendet wurde, das hat mir auch gefallen, muss ich sagen. Ja. Also, überlege gerade, was ich jetzt noch so hätte. Ich finde auch, ähm, also John Crawford hat auch ein sehr ausdrucksstarkes Gesicht. Ich fand die auch sehr hübsch, also ich fand die auch so, ich meine, die war jetzt Mitte 50, als der Film gedreht wurde. Also ich fand die, ich meine, es kommt vielleicht auch durch den Kontrast gleich, dass Bette Davis so, äh, extrem überzeichnet auch aussah. Ja gut, aber ich weiß ja trotzdem, was ich hübsch finde, also wen ich hübsch finde und wen ich nicht hübsch finde und ich fand sie wirklich sehr hübsch und die hat ja auch auf sich geachtet, ne, so ist ja nicht, das kommt ja nicht von ungefähr. Also hat mir sehr gut gefallen, ich würde auch gerne ein paar andere Filme noch von mir sichten. Also die hat mir auch von dem Schauspieler auch schon sehr gut gefallen. Dass ich, äh, wie ich schon mal gesagt hatte, ich bin ja ein Mensch, ich gehe ja immer extrem mal Schauspielern und ja, der Blutton hat die Lotte Lunte gerochen. Ähm, ich werde mich da auf jeden Fall nochmal schlau machen und werde mich auch weiter mit, äh, Miss Crawford beschäftigen. Davon gehe ich ganz stark aus. Ähm, bei Bette Davis zum Beispiel ist es so, dass ich von vornherein wusste, dass es mir gefällt, weil ich Bette Davis als Schauspieler sowieso sehr gerne mag. Das war für mich jetzt keine Überraschung, die hat mich schon mal an anderen Stellen überzeugt. Ja, ähm, also ich muss auf den, über den, auf, blö, blö, ich muss über den auch nochmal so eine Nacht schlafen. Also insgesamt finde ich den durchaus sehenswert. Wie gesagt, auch wenn nicht so ins Letzte für mich geklickt hat, vielleicht auch, weil ich manche Entscheidungen so denke, nein, das dürft ihr jetzt nicht machen und eigentlich ist es vielleicht genau die Wirkung, die er damit auch erzielen will, äh, die es mir dann eben nicht so leicht macht. Ja, äh, das wäre so weit, glaube ich, dass von meiner Seite, ich weiß nicht, ob du noch jetzt irgendwie was ganz Wichtiges hast oder was hast, worüber du unbedingt noch besprechen möchtest. Ich würde dich auf jeden Fall fragen wollen nochmal, ähm, kann es so jetzt, bevor ich jetzt den Film angeschleppt habe sozusagen, den Film, hast du schon mal davon was gehört gehabt? Also den Filmtitel, eigentlich nur der Filmtitel und, äh, was jetzt so auch quasi möglicherweise reale Vorbilder zwischen den beiden der Hauptdarsteller und sowas angeht, keine, hatte ich, hätte ich nichts gewusst, das war mir alles unbekannt und fragen mich, das habe ich mich tatsächlich noch so ein paar Mal gefragt, wenn man tatsächlich eben so die Filmografie von, von den beiden auch gesehen hat, tatsächlich, ob und wie viel das dann nochmal, äh, mehr Spaß bringt in dem Film oder ob man, wenn man jetzt eben sozusagen weiß, naja, die beiden Schauspieler, die konnten sich im echten Leben auch eigentlich nicht ausstehen oder haben sich zumindest immer ganz schön gezofft hinter den Kulissen und waren eben so eine Dieven, äh, was eben sozusagen, ja, so diese Meta-Ebene mit reinbringt, wie viel das nochmal ausmachen würde. Ich finde, wenn man so, ich muss in die Materie rein, ist dann kommt man so auf richtig lustige Stories so zu sprechen. Also ich finde, das, was ich zum Beispiel unterteilt habe, wo ich wirklich grinsen musste, weil zu dieser Zeit lang, als der Film gedreht wurde, war Joan Crawford mit dem Vorsitzenden von Pepsi verheiratet, Pepsi USA und am Set hat dann, äh, Betty Davis erstmal einen aus all den Kräften finanzierten Coca-Cola-Automat aufstellen lassen. Also, einfach nur, sie zu ärgern los, sie sich dann extrem geärgert hat und sich das zwei Tage lang in ihrer Kabine eingeschlossen hat. Also das, das fand ich, äh, ne, das sind solche Sachen und, na gut, das können wir uns so einfach nicht nachvollziehen, aber das fand ich halt schon wieder witzig, das hat schon wieder was gehabt, wo ich dachte, na ja, ich war so kreativ, ne, wenn sie sich zu ärgern wollten, hat sich das auch angestrengt, ne, also, ähm, ja, weiß ich nicht, also solche Sachen fand ich ganz stark und ich finde allgemein so, wenn man das so in die alte, in die Klassik-Hollywood-Ära reinguckt, da ist es ja auch tatsächlich so, dass du halt da ganz viel Fäden oder Diss haben und die tatsächlich noch findest. Ich weiß nicht, ob das neuerdings hat, die mir so aufgepusht wird oder dass es damals einfach so aufgepusht wurde, ich weiß gar nicht, wie ja die Verhältnisse überhaupt sein könnten, aber ich hab das ja damals schon mal so gelesen hier mit Olivia de Havilland und Joan Fontaine, die ja auch Schwestern waren und sich von Anfang bis Ende komplett gehasst haben. Das ist ja auch, das spielt ja auch in dieser Zeit, das ist ja die gleiche Generation letztlich, ne, also, wo ich sagen muss, Olivia de Havilland liebe ich immer noch, das ist immer noch eine ganz, ganz tolle Schauspielerin. Gibt's doch diesen einen Film. Ja, ich spielte immer ruhig meinen Lieblingsfilm mit dir aus der damaligen Zeit. Aber gut, ähm, ja, ich weiß nicht und ich finde es auch sehr, sehr spannend und ich finde halt, dass die beiden auch sehr professionell bleiben, auch in ihrer Rolle und ich, ich hab dir jetzt, ich hab ja zum Beispiel das Verhalten von beiden im Film komplett abgenommen, also von vorne bis hinten und wie gesagt, also ich fand, ähm, was man halt der Blanche-Rolle vorführen kann, ist dieser Neid, ne, und diese, aber trotzdem ist sie halt auch über sich selbst, sie sich mit sich selbst im Reinen, so wirkt sie zumindest für mich und wie gesagt, bei der anderen, also bei der Baby Jane, da weiß ich halt nicht, ob die irgendwann den Verstand verloren hatte im Laufe der, auf der Hälfte ihres Lebens und. Für mich ja, irgendwie, die ist, die hat auf jeden Fall mindestens einen Knacks weg. sie hat diese Momente, sie hat diese Momente, ich hab jetzt gerade, jetzt seh ich wieder klar, aber sie ist ganz oft so abgedreht unterwegs, ja. Ja, ich find, ja, also ist das, ja, dass sie einen Knacks weg hat, das ist mir auch klar, aber ich hab jetzt so gedacht, naja, wie äußert sich das denn jetzt, ist sie jetzt wirklich, ja, schizophren oder ist sie sozusagen, sie ist eigentlich ich reingeflüchtet, ist sie jetzt von der Diagnose her einfach gar nicht da richtig, weißt du, was ich meine, so halb da, das ist so, ja, weiß ich nicht, also. Ja, wie bewusst begeht sie ihre Taten da oben? Ja, genau, also ich bin jetzt, ich hab, ich sehe das anders als du, du hast ja mehrmals jetzt schon gesagt, dass du denkst, sie macht das alles ganz bewusst und natürlich in deiner Argumentation finde ich das auch komplett nachvollziehbar, aber ich möchte trotzdem widersprechen. Ja, ich glaube, das führt ja auch dazu, wie man diese Figur bewertet, ob man eben sagt, oh, sie ist eigentlich eine ziemlich oder eine tief tragische Figur eigentlich, die sozusagen eben als Kind ja so viel Erfolg hatte und dann jetzt das alles eben nicht mehr hat oder nicht halten konnte. Also ich würde nicht sagen, dass ich sie als tragisch erachte, ne, also ich finde, sie hat ja trotzdem durch ihren Erfolg halt mehr gehabt als mal die anderen Menschen, ne, also. Ja, für eine kurze Zeit zu einem und dann eben vor allem zu dem Zeitpunkt, wo die Haupthandlung des Films spielt, lange zurückliegenden Zeitpunkt, das ist weit, weit, weit in der Vergangenheit, kaum jemand kennt sie noch, ne, das merken wir immer wieder, sie würde immer sagen, ja, ich bin Baby Jane Hudson, sie kennt mich bestimmt und das Beste, was sie kriegt, ist halt so ein verschmitztes, äh, Zwangslächeln. Ja, ihre Schwester ist toll, ja. Ja, aber sie selbst ist eigentlich eher, ja, nee, keine Ahnung, wer die kennt. Sie kennt auch die Puppen, nee, auch nicht so richtig. Und die Schwester hat halt den, den bleibenden Ruhm im Fernsehen. Ja. Na, Nee, aber ich finde auf jeden Fall, ähm, auf, ich finde es ja auch schön, dass wir nicht immer mit der gleichen Meinung aus dem Film rausgehen, dass wir auch mal unterschiedliche Meinungen sozusagen haben. Ja, das wäre auch ziemlich langweilig. Allerdings, allerdings, so wollte ich jetzt nicht sagen, aber ja, so kann man es sagen. Nee, mir hat der Film gut gefallen. Ich bin froh, dass ich ihn ersteigert habe. Es war wie gesagt, es war wirklich sehr, sehr harter Kampf, den zu ersteigern. Und ich bin froh, dass er mir auch gefällt. Sonst hätte ich mich jetzt richtig geärgert. Ich sage es mal ehrlich, wie es ist. Nein, also, ähm, naja, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe auch von den beiden Schauspielerinnen eine sehr hohe Meinung. Es hätte mich auch gewundert, wenn die mich jetzt enttäuscht hätten. Das sage ich dir ganz ehrlich. Also dafür habe ich denn doch schon zu viel gesehen. Aus dieser Ära. Ja, äh, ich würde sagen, dabei können wir es ja belassen. Also ich möchte an dieser Stelle sagen, auch wenn Max jetzt nicht so begeistert wirkt und sich hier ein bisschen zurückhält, hier mit der Begeisterung, guckt euch den Film einfach mal an und bildet euch eure eigene Meinung. Das ist auf jeden Fall, natürlich. Und werft auch mal ab und zu einen Blick hinter die Kulissen. Das macht manchmal mehr Spaß, als man denkt. Ja. Ja. Also ihr könnt auch gerne uns sagen, wie ihr den Film findet oder andere Filme vielleicht auch von Betty Davis und Joan Crawford. Ich empfehle sie mal wieder auf www.videaufführung.de oder eben alternativ Facebook, Twitter, iTunes. iTunes gibt es auch so eine tolle Sache. Könnt ihr uns gerne bewerten. Hui. Ähm, ja. Aber so viel zu Betty Davis und Joan Crawford als Baby Jane und Blanche Hudson in Whatever Happened to Baby Jane. Juhu. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.